Hallo Leute, wir sind LH, diesmal draußen und nicht im Studio. Der Song zum Nostkonflikt ist so weit im Kasten. Wir machen noch ein bisschen Feintuning, aber nicht mehr heute, da ich erkältet bin, wie man sieht. Und sobald ich wieder auf dem Damm bin, geht es weiter und dann sind wir auch mitten in der Videoplanung. Richtig. Tausend Dank erstmal Annika, dass sie den Refrain so sensationell gesungen hat. Und wir sind jetzt hier beim Video Location Scouting, wie der Fachmann dazu sagt. Wir haben uns da hinten dieses Haus angeguckt. Für alle, die diesen Schuppen nicht kennen, das ist ein seit 21 Jahren verlassenes Chemielabor. Also genau das Richtige für uns. Und ich schätze, da werden wir das Video drehen und zwar noch in diesem Jahr. Also bald dann online bei YouTube und bei den bekannten Plattformen. Wir werden uns aber vorher noch mal melden und es wird auch noch ein bisschen dauern, weil so ein Video wirklich viel Zeit kostet. Und wir haben natürlich noch eine andere Sache am Laufen. Dazu demnächst mehr.